Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 3 Hier mit Weidel Hallo Ich hab das C gefunden Du hast das C gefunden, ja das find ich super Äh, jo Äh, ja, lösegeld Oh, nette Kolumbianer Äh, ich hab auch so viele Waffen auf Taschen, ne Wolltest du mir jetzt sagen, wir haben nichts gefunden Äh, ja, ja Ja, ja, ja Die reale Frage ist, hast du aufgeschlagen, oder mich zurückgebracht? Oh ne, alter Schöne Linke Schnapp hier, der Bühne Alter Woah, fuck off Scheiße Alter Fuck off Steige jetzt hier ein, ey Ich hab wahrscheinlich gar nichts mehr So, wo ist diese Bitch? Ja Happy Birthday Jetzt kommen die Bullen auch noch Vorgehendem Hubs rauchen So Der fährt dann einmal über den Teich und dann ist gut, ne So, wo fährt denn der hin? Fliegt denn der, meine ich Und Was zum Was zum Weg Ja, ich bin da So Komm hier Alter Guter Mach kreuzweise, ey Vier leben Wo ist denn der Hubschrauber? Wo ist denn der Hubschrauber? Ach, nee Du musst dann bestimmt noch mal jetzt Ja, mit vier leben Das ist eine Leichtigkeit Wie ist denn da hin? Was soll ich denn da hin? Ist das nicht gut Weil der Schrauber ist Oder was? Anscheinend, ja Warte mal Ah, nee Da unten ist der Hubschrauber Aber da ist ein Straßensperr Echt? Ich hab mir gesehen Da stehen zwei Autos ja ja noch mal ich glaube ich ja ja apropos bazooka die nehmen ja sämtliche waffen ab na gut weißt du ob es hier vielleicht eine ammunition hat ja wegen rüstung ja schnell ob du auf anhieb gerade eine finne sind erstattende nicht ist auch egal jo der krankenwagen hat auch den geist aufgegeben und der steigt unten raus natürlich das ist sehr logisch ja 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 ach nee ey fickt euch doch man ich habe euch doch nichts gemacht ja toll ich gehe ja schon kaputt hier so ich weiß nicht dass der schlimmste nur 93 leben da hoch so hast du was ja ist egal ich bin ja schon da so noch mal die Übergabe das kann ich das kann ich eigentlich schnapp die alter ich bin schon auf 70 Leben unten ich habe mich nur lieber belegt bewegt ne so geht doch weg geht doch weg man ja die karre brennt und die filmsequenz fängt an wenn sie mich jetzt so hochnimmt alter geh raus ah die karre brennt gar nicht mehr cool cool find ich cool find ich sehr nice dass man kommt aus der filmsequenz raus und hat gleich 30 leben weniger hier das ist mal was nein raus 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 ja gut in die ab in die stretch ne ja die stretch brennt auch alter wow fuck off ja das frage ich mich im fall auch oh man ey heute ist nie gut ich weiß nicht ich weiß nicht dann nimmt sie mir Geld weg ich habe meine 600.000 gehabt oder und ja ich musste ja Lösegeld bezahlen teures Lösegeld diese kleine Fotze die Nee, heute nicht. Was so? Hm? Bild ansehen. Das ist ja krank, ey. Das ist ja wirklich krank. Mach jetzt auf hier! Das ist ja krank, ey. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Nee. Also ich krieg immer die schwierige Mission ab und Weidel kann sich dann schön bedienen bei mir. An dem Wissen, dass er angesammelt hat und erfüllt dann die Mission. Das ist so. Nee. Alles klar So, und wir fahren jetzt da nochmal runter Und 55 Läden, Alter Ja Also wenn das jetzt keine ersten Stunts gibt, dann weiß ich auch nicht mehr So, aber die Karte wechsle ich schnell So Ist jetzt nicht schlimm Ja, ne Alter Ich hab eine Knarre Und 30 Leben Wie so eine schwache Karre gehabt, aber jetzt hab ich wenigstens noch eine anständige Waffe So Oh, und da hat's sogar eine Sniper Das Spiel hilft uns ein bisschen Ein bisschen Mit fünf Schuss Naja, du musst da einfach nur treffen So Na komm Das sind alle Treffer Da lohnt's noch mehr, ey Weiter hinten war auch noch einer Gut, den oben hab ich Und jetzt ist noch einer Der fleucht hier unten irgendwie rum Und ein Herz hab ich auch noch irgendwie gesehen Wo ist denn der Typ Da Ein Schuss noch Ein Schuss Jawoll Da steht auch noch einer Na toll Da oben ist dann auch noch einer, ne Ja Gut Nie ins Auto schießen, ne Weil sonst machst du Auto-Put Vergiss es Herzen hat's ja keine Fuck off Kann ich die nicht überfahren Was soll das Was Soll die Scheiße Ne, ich kann kotzen Du kommst aus dem Bild Aus der Filmsequenz raus Du kannst dich nicht mehr bewegen Hast du eine Ammonation gefunden? Nein Ich sagte, ich hole jetzt den Panzer von drüben Und fahr mit dem Panzer da durch Das wär ja eigentlich kein Cheat Weil ich den Panzer ja vorhin schon gecheatet hab Naja, also Ich benutze einfach den Und dann wieder weiter Das macht So was Aber einmal kommt Das ist ja schon ein Monat her oder so Das war ein Müll, alter Ja 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 Gnade schnappen 30 Leben weniger 40 Leben weniger Oh, warte, da hinten ist noch eine Gnade Was ist da hinten? Ein Stern Happy Birthday Steige ein Hattest du schon einen Stern drauf? Ja Hey, Rüstung Ne, da hinten ist eine Rüstung Cool Cool, da hinten ist eine Rüstung Das war eine Rüstung Kein Stern Gut, sehr gut Das Spiel ist mal ein bisschen auf unserer Seite Das können mit dem Berg hacken Nebel Und dann können sie so öfter nüssen Mir auch Das ist nicht der Einzige Also ich meine, es gibt gewisse Spiele noch, wo ich die Nebel ja wohl finde Wenn es so ein Live-Game ist oder was weiß ich Ja, aber hier Sorry Das ist einfach nur noch unscharf Vor allen Dingen Überleg dir das mal In einer Mission Dann so den Nebel rein zu hängen Ja Der lief uns bei dem Bei diesem Kackflugzeug zum Abschießen Ich hab ja gar nichts mehr gesehen Wie soll ich denn das scheiß Ding treffen? Oh ja Ich weiß, dass du meinst Ich weiß, dass du meinst Ja Miss Ding So, jetzt Fummel die Typen Ja 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 Mann Ich drück F Ich drück Enter Ich drück Scheiße Dreck Ich drück das Aber nee Diese verdammten Elenden Dreckstypen Die kommen einfach nie raus Wo ist denn die Taste Scheißen Dreck? S Alt F4 Das ist die Taste Scheißen Dreck Ich hab hier die größte Lust zu Also Control Alt Delete F Oder Oder sowas Wir müssen gleich mit dem Krankenwagen da durch Ey So Ich bin angepisst Ich würde aussteigen Ich würde aussteigen Das siehst du beim Krankenwagen Und aus der Mission Nicht in der Mission drin Klappt es ja Es klappt ja Ja Aber der hat dich rausgezogen Wieso kann der das? Weil du dort gestanden hast Und er stand neben der Türe Da macht er die Türe auf Und zieht ein bisschen an deinem Kacknischel Und dann liegst du unten Verstehst du nicht? Aber das ist scheiße Ne Das ist das Spiel Ey Ich sag's jetzt nicht Was ich sagen will Also man Man sieht Ich bin aber froh Dass wir nie jedes Mal 500.000 zahlen müssen Ja Bin ich auch froh Verstehst Weil jedes Mal So viel Geld generieren Das wäre echt schwierig Weißt du du kommst Da aus dem Scheißbildschirm raus Und dann ist gleich wieder Scheiße Dreck Und dann Das ist wirklich Ich hab's aber noch nie verloren Doch Gleich am Anfang Mache auf da So Dieser Heli verfolgt Ich glaub das kann der Weidl nachher machen Ich hab keinen Bock dazu mehr Das tut mich nicht immer so beschießen Da ist Wasser Das ist mir bewusst So meine Lieben Ich werde jetzt Die Folge Frühzeitig beenden Da ich jetzt Irgendwie Gerade irgendwie In was reinbeißen muss Sonst Sonst gehe ich hier Vollkommen an die Decke Auch wenn's der Weidl ist Ist mir scheißegal Also Ich wünsche euch Einen schönen Tag Und der Weidl wird dann In der nächsten Folge Die Mission Erfolgreich abschließen Ciao Leute Ciao Leute Ciao Ciao Ciao